Warte, ist jeder gebufft? So, sind alle da? Jupp, alle da, alle ready. Let's go. Aber das ist jetzt grad bei Run 2 von 4? Nein, das hat Nachmitts schon gemeint. Ja. Ah, ah ja. Ja genau, das ist wieviel man hat zackt. Das ist gut durchdacht. Kannst du mal sehen. So, dann kann ich meinen Demol plus 3 sicher gehen, dass er plus 3 ist. Kann ich wegwerfen. Aber nice. Demol plus 12 fand ich jetzt schon mal ganz gut. Oh, meiner M hat Akko gezogen. Wo, wo, ey, keine Ahnung. Ja, er passt, passt. Und jetzt hat er nochmal Akko gezogen. Und das Rift. Ooooooh. Aaaaaah. Wie fühlt sich das Kanzler so an? Es ist einfach so scheiße. Gucken eigentlich schon Leute den Stream. Äh, 11, ja. Habt ihr was gedrofft? Zwei Runs bisher nichts. Keine einzige Wache. Aber das liegt glaube ich auch an uns, weil nicht jede andere Gilde bekommt. Jeden Run, äh, 8 Wachen. Minimum. Und, ne, und wir haben halt immerhin auch eine High Drop Score. Also das werden die bestimmt auch haben so, aber... Ja, hm. Ja, ist halt der Klassiker. Wow, zum Glück. Okay. Okay. Aaaaaah. Hehehe. Almost there. Almost there. Hehehe. Kani ist auch gerekt. Oh man. Was machst du, wenn mir jemand da kommt? Holy fuck, der Dungeon. Brauch nen Blade. Ja, warum meine ich nen Blade? Das ist schlimm. Versteh ich aber auch, du magst Blade so, mag den und spielst halt nie einen. Ja, weil... Weil der teuer ist. Weil es nie Waffen gibt. Oh. Dann kommst du doch eh kaputtgeschickt. Oder wenn man halt eh zusammenfährt, dann hast du's doch. Okay, das ist doch perfekt. Wann hast du doch bei Fabi gesehen, wie schnell das ging? Wenn alle zusammenfahren. Hehehe. Wer hat denn mit mir bitte zusammengefahren? Hehehe. Hast du da nicht reist? Hehehe. Wo warst du ungefähr so ein Laufen? Was geht? Gehen. Boah, war für ne Woche, Alter. Ich raste nicht komplett aus. Kamen sie jetzt, ihr Pisser. Hehehe. Hehehe. Achtung, Agro. Ich bin Agro. Hehehe. Du bist immer Agro. Ja. Voll sind wir ein Rambo. Oh Tom, komm komm. Oh ne, ja. Was bin ich ein Tilt-Rambo? Ein Internet-Rambo. Ne, du haust ihn jetzt wieder... So, ja, ich bin... Aua, da ist irgendwas bei mir gespawnt. Hehehe. Hey, wieso spawnen du bei mir Mobs, Alter? Oh, dieser Ton. Aber man... Hä, wieso folgst du mir, Martin? What the fuck? Ach, das war echt jetzt? Hast du mich entfolgt und wieder gefolgt? Ich muss schauen, es funktioniert, ja. Aber eigentlich sollte das nicht funktionieren in der Markle. Keine Ahnung, vielleicht war der Fall schon so alt. Wartet ihr eigentlich auf mich? Gerade. Na, wir machen gerade so was. Ich hab ein bisschen gebraucht. Ja, du kannst mich gleich rassen und alles gut. Ach, läuft. Ähm... Hallo, auf meinem Hakovic sehe ich gerade keine Charaktere. Okay, jetzt sehe ich was. Danke dafür, Game. I love life. Möchtest du mich nicht rassen? Junge, warum liegst du da? Weil ich... Weil... Weil ein Moff bei mir gespawnt ist. Oh, Mann, Alter. Ja. Die Scheiße. Ja, der hat gerade recht. Nach dem Run gehen wir alle besser auf. Also einen würde ich halt echt gerne machen. Ja, ich würde eigentlich gerne alle viel durchmachen, ja. Wird schon geil. Dann schreib mal dem Dings, dass er halt aber seine AOE skillen soll. Sodass er halt AOE machen muss. Martin, äh, Tom. Hm? Ich fänds übel gut, wenn du einmal wenigstens Food drücken würdest. Einmal, wenn du okay. Nimm ich eigentlich auf? Oh, ich mich auch noch. Ach, das Ganze wird aufgenommen. Ja, klar. Dann halt ich jetzt besser die Fresse, ey. Äh, die Schnauze, sorry. Können wir das rausschneiden, bitte? Äh... Kannst du rauspiepen? So ein Delfingeräusch oder sowas. Ja, bitte! So ein Schiffkrotter oder so eine Scheiße. Ist ja nicht super. Okay. Achso, jetzt schon lasst du. Ähm... Alter, da kauft jemand wirklich einen Fox. Was? Ich hab einen. Soll ich mal schreiben, 40 Millionen ist einer? Buche. 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 Live hier auch noch. Klasse. Buche. Ich hab so viele Gilden, die wir rekrutieren haben. Ich hab's ja. Ey, er weckt die mir eigentlich auch. So wie der Karni so... ...und so... Gute Boots Bestimmt Bestimmt Könnt ihr mir dabei helfen? Mit dem nötigen Kleingeld, bestimmt, ja Naja Lass ich nur springen für ne... oder so machen Ja, so 69 Penner hab ich eigentlich gedacht Mhm Also pro... pro Erwake macht 200k Gewirn und natürlich die Scrolls, ne? Mhm He... Seems legit Geht echt voll klar Leo Du bist halt auch letztlich Alternativ kannst du auch mal 10 Cent pro Arbeit bezahlen Das ist auch ne Ordnung 10 Cent Mhm Naja, sagen wir, ich bin günstiger 1 Cent 1 Cent? Ja Also biederlich einen halben Cent Buff please aktiviere ich nicht... äh... akzeptiere ich nicht Ich akzeptiere nur paar Buff please Buff please Gute Idee eigentlich Wo du grad sagst Ich buffiere mir auch wieder neutral Ne, doch nicht jetzt, Alter Warum nicht? Weil wir jetzt grad im Dungeon sind Buff bang wäre jetzt... Was willst du jetzt? Genau im Dungeon Ich bin auch im Dungeon Achtung, das nächste was kommt Buff event in Flaris Wär halt der Klassiker Oder halt Buff event im Aminus Dungeon Kommt alle bei uns zu die Party Und holt euch eure Buffs Alter Irgendwas Ist grad wieder dieser typische Fly-Bug Wo man denkt Alle Charaktere stehen Dabei Sind sie eigentlich direkt hinten dran Gut Mhm Ich weiß nicht, was ich dir erklärt hab Ich weiß nicht, was ich dir erklärt hab Ich hab keine Ich mein, wer braucht wirklich einen Pop-Schuss Ist das wirklich egal, oder? Ja Ich hab keinen dran Echt? Was? Warte mal, dass du siehst Okay, mein letzter Up-Cut Wurde gerade benutzt Wurde, nein, nein, nein Ach, der fällt mir gerade auf Ich hab auch keinen an Oh Gott, zwei Akkus Mein, mein... Mein... Ihr ist grad ausgelaufen Meins auch Ich hab... Nochmal neu gemacht Der... äh... Der Farm ist auch ein bisschen äh... Risky unterwegs hier mit seinem Tiger Oh nein Würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen Dass es ein bisschen was kann Mhm, das schon, ja Zum Glück blocken die kaum Aber gut Alter, das ist ja so ätzend Also wenn der eine Typ da aufgeht Dann... Schreibt doch mal jemand diesen... Naja, dann können wir... Den... Weil... Als AOE taugt der doch Schreibst du? Nein, das ist Psy, aber das stimmt Das ist Psy Naja, deswegen... Psy AOE ist, denke ich, ganz gut Super, ja Der wird ja wahrscheinlich pure Int sein, oder? Bestimmt Und dann... Und schreiben halt... Vielleicht ist er noch... Halt... Zu knapp 12 HP braucht Aber das wir da haben, denke ich Ja... Also 9K auch Naja... Also mit 13K bin ich gestorben beim letzten Mal Siehste... Ich mit 9K auch Ich hab alle gestorben Das geht Wenn wir uns beeilen schaffen Was halt mit der Dropscroll noch den 4. Run 21 Minuten hab ich noch Nein, ich glaub nicht, dass es reicht Dafür haben wir zu viel gedrillt Wenn es alle in der Dropscroll reinhaut Oder wenn man mehr droppt Ich glaub halt wirklich, dass man mehr droppt Ich glaub es war auch Ja... Warum soll man auch nicht mehr droppen? Keine Ahnung Das würde das Item doch gar keinen Sinn machen So... Entwicklst ein Item... Dropscroll... Und dann... Ich glaub jeder braucht einen Topscroll Irgendwie so war das, glaub ich Nee, das glaub ich nicht Das glaub ich nicht, oder? Weil es halt nur der Last Hit ist Ich glaub schon Weil da kam auch so eine Meldung irgendwie Dass ich irgendwie... Für den Last Hit... ... mehr Drops bekommen habe Was? Aber ich glaub das ist eher für mich privat Also so persönlich Dadurch dass ich Last Hit, krieg ich mehr Ja, ich glaub halt irgendwie... Es war glaub ich auch irgendwie so Ich bin mir ganz sicher Pass auf Kriegen da Krieg mal Nene Passt alles soweit Der gönnt sich Achtung komm Was? Oh oh Wo? Wieso bekomm ich den Akros alter? Ja Alter wie viel war das mit? Wie viel war das? Äh... Ich hatte noch 3k oder so Ne 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 das war weiter 665 war's Achso, du hast noch 3k geschafft? Ja Okay, easy Reicht doch 3k sagt er Ja, ich hab halt... Gleiches mal was gehört Immer alles runter spielen Ja Ja, das ist so ein Dungeon Da merkt man wieder was Knight für ne geile Klasse ist eigentlich Ja Ich mein, wenn's dir halt wirklich überlegst Gar nicht Wir können nicht mal ein Mob tanken und der tankt dann einfach 30 oder so Und ich? Ich sterb schon wieder? Was ist das denn? Ich hab 13k AP Machen die Doppelhits oder so'n Scheiß? Die machen einfach nur 1Hits Die machen einfach nur 1Hits Machen wir ja 20k oder so Was zur Hölle? Das ist so... Wie komisch Irgendwie... Ich muss ja kurz meinen Schar retten Ist der fast down, oder? Hm? Was? Die machen genauso viel Damage mit Tom Bunchka Ja, das ist halt echt so Ja, das ist halt echt so Ja, das ist halt echt so Meine, meine... Boah, na toll Was war das denn jetzt? Alter, seid die Noobs Hä, er hitet das an Ich greif an Und dann... Switch der Target Bist du tot? Bist du ja Oh das Ring-Master Warte, war das... Stopp stop tám stopp! Du hast kein Akro Das Akro Ne dann, Dein Blade Ge weg, geh weg Kuchen eine Nee, das kann ja nichts3 Ja, das hat doch aber geswitcht Ich red's mal kurz Karni Alle sterben Ich geh hier meinen Ilo so rein Vorderglich Deswegen hab ich den grad Hat der Tank denn jetzt eigentlich wieder oder nicht? Nee, hat nicht, hör auf zu hitten Er reset, nee reset Junge, was will er denn? Ich red's hier grad drei Leute Ich will mal auf den Sack gehen, ey, ich schloss aus Nicht hitten dann Redst du mal und ich buff Don't hit Jetzt hat er Next Warum kriegt jeder Akro aber nicht der Tank? Ich versteh das nicht Ich versteh das nicht Jede regt Akro Einfach mal öfter was neu, das ist auch cool Das war halt echt komisch, der Tresor hintet ihn an Ich greif halt logischerweise an, weil ich halt dachte, es geht jetzt los Und dann switcht er einfach Target, Gott the fuck halt halt Brauch halt dann auch noch Buffs Alter, ich muss ja eigentlich den Farmen gerade hier Das ist ne Kacke, Alter Jetzt soll ich auch noch buffen Ja Dann hab ich jetzt besser Tom, wo ist denn ein Stick hier? Pack mal aus Jetzt hat er, er hat ihn wieder Jetzt hat er, er hat ihn wieder Jetzt hat er, er hat ihn wieder Egal Er hat er, er hat er ja So 10 Minuten später, so halb Wer war das noch mit Buffs? Tom? Tom? Dummerihi Mhm mhm Tom, du bist auch so einer, du warst einfach mit dem drauf ein bisschen Buffs hast oder was? Naja Was ist der Hautverdeck? Der hat Range-Buff? Was eigentlich echt geil wäre, wäre so ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Dann könnte ich jetzt einfach im Stehen zopfen, das wäre voll praktisch. Wow, da müsst ihr einfach aufhören. Warum willst du im Stehen zopfen? Sorry, aber das macht für mich überhaupt keine Sinn. Voll entspannt, keine Ahnung. Im Bett zocken wir halt geil. Ja, das habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mir einen Fernseher hinstelle und dann Ele mit Controller. Der Farm war eiskalt, der hat seinen Tiger draußen gelassen. Also im Kreis geraten, das kann es sein. Wer hat die Balls? Balls tief. Ich habe es aber jetzt nicht so was wie, you have really big balls. I do have really big balls. Was ist ein Claw of Lycanos? Ist das irgendwas besonderes? Oder ist das ein Questitem von dem? Wo ist das Questitem? Das war ja irgendwie klar bei Vlife. Ich habe es nun nicht mal. Wieso? Tom? Wir können ja eine Quest abgeben für das Ding, kriegen wir XP. Und gar nicht mal so wenig, weil wir ja dreifach kriegen. Ich brauche Rebuff. Was für ein Rebuff. Ja, ich habe die Quest halt immer noch nicht angenommen. GT. Alles, alles. Einmal durch. Wieso brauchst du alles? Die haben wir so lange gebraucht, oder was? Das ist immer Zeit. 15 Minuten drin. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Hunger auf irgendwas. Ich habe keine Ahnung auf was. Warte, bis halb 11. Krass. Voll geil. Ich glaube, die haben noch Buffs. Wer braucht jetzt? Braucht noch jemand Buffs? Patience? Na egal. Passt schon, ich habe den Papier. Weiß, das Ding ist halt... Oh, ich komme nicht dran. Mit meinem Blade. Das ist halt wie, wenn du hier mit den Goldmumpen schließt. Hier irgendwie erstmal eine Hole. Denkst du auch so, boah, minus 500k oder so. Wir müssen eine Million. Also, prima. Man, überleg mal, wie das so aufwärst. Boah. Als es die Zeit noch nicht Farmer gab. Boah. Boah. So, bei der Norton Rage ist... Da war er in der Karte mit den Lakotten. Im GW, alter. Ja. Ja. Und da gab es ja Leute, die haben ja wirklich den Lakotten gespammt. Ja. Als die noch kein... Obwohl die auch immer noch... Obwohl, dann nimmt man ja inzwischen diese Momofen. Ach ja, das ist eigentlich schon ab. Ich bin auch teilweise im Offen frühen einmal irgendwie zum Spaß im PvP halt irgendwie mal drei Sekunden auf Lakotten drauf gehalten. Also, ich habe einfach so. Just verwandt. Und auf die Haut, die so das im Scheiß. um wo die damage-recorde Kausse das ist auch ein lustiges Mal jeder kann eigentlich hier seinen Vorschlag und so so, so halt klar ah warte, der weiß gar nicht weißt du, dass er mal... ah doch, der so weiß ja hm ich bin so dumm echt? ich bin so dumm hast du nur das Stun-Symbol gesehen und dachtest dir so... hey warte, der wird ja aber auch ge-buffed kann ich ihm das eigentlichen warum sagt der denn davon nix? möchtest du, ja? ja, so hat er ge-buff ja, kein Wunder, dass er immer stoppt nice, das kann ich nicht haben ja, weil dann könntest du wenigstens halt... hier, He-buff buffen na, He-buff und Fett-buff-buff würde ich machen jup, ab für den richtigen Shins noch... äh, patience für die 2, wenn sie nicht haben ne, die 2 komm, die hau ich noch mit rein oh, und... easy und protect, das bringt 5% ja, klar richtig ja, ist klar dann haben wir alles abgedeckt, Jungs naja jetzt ist, jetzt ist, äh jetzt ist Vampire-Achse-Zeit, ja? da wird's auch so'n, so'n Knacke von was, Tom's Nacht? Tom, ich hab gerade die Aktion gebracht 3 Stunden einfach gar nix zu schreiben das, was du gestern gesagt hast ach so ja, unser Gespräch gestern Abend und? jetzt kam Papierschere, lebst du noch? sag, du hast dich selbstverständlich ja oder du hast dich beim Schneiden geschnitten Gott, wär das bad ich, was sag ich? ich hab ganz viel gelernt, sag ich ich konnte nicht antworten ich hab gelernt den ganzen Tag wohl ich sag dann einfach immer, mein Handy lag irgendwo anders was halt voll auf der Öffnis ist ja, ich buff gleich ich hab grad den, äh ich kann keine Skills aktivieren Dings deswegen machst du auch hier Rang die ganze Zeit ach ja ich hab auch so'n Scheiß zu schreiben ja, hat der vorhin so'n gut funktioniert ja, logisch hat das funktioniert das ist halt schon funktioniert ich muss dann nur 5 bis 10 mal oder so spammen 20 mal, 10, 20 mal Haukehacker war schon immer okay das ist nämlich Manchester oh shit, der hat's grad richtig nice rein äh hm wie ist das eigentlich? Desmo? das ist Desmo, ja ja, genau also im Deutsch müssen nein ja, deswegen du hier ist grad nicht dritt so, Achtung ja, ich kann nix dran erinnern, wenn der so weit weg steht ich kann nicht extra jetzt hinreden da hast du grad einen schönen 540k halt gefangen mhm ja, wenn wir da jetzt grad Pillen cooldown haben hey, ich hab ein Level 3, nice 3? ja für mich ist das schon nur 5 oder so? vergisst das nicht, ich hab erst amstag angefangen das sind auch schon 4 Tage her, das sind nicht mal ein Level pro Tag ne, aber ich war halt heute auch den ganzen Tag unterwegs zum Beispiel du sagst grad neun Kunden mehr ne, aber ich mach bei dem PC da nicht an oh ne glaubt ihr mir nicht was ist es nicht wert, vielleicht? oh, ok jetzt fangt euch grad die Kani! so, jetzt hau weg das Ding ich will jetzt hier mindestens ne mindestens ne Euro haben ne, ich will ja gar keine erste mehr spielen und was sind das denn da für 3k-Hits eigentlich dazu? oh, wieder nix, Mann was für ne Scheiße ne Activision kriege ich ehh ja, wir müssen alle mit Active spielen das war so da fällt mir... ah ne, das ist ja pro IP, ich bin so dumm oh, ich hab ne Vakuum 7% bekommen nice nein, ich hab ne Ocean 7% bekommen nein, ich hab ne Ocean 7% bekommen 3kb mach mein Drop für heute, alter was ah ja ja ich werd kurz klar was verkaufen und dann machen wir den nächsten hab ich mir jetzt 93 Müller ich fühl mich jetzt schon ich mach mich krass der Run hat das nur 20 Müller gegeben, what the fuck? vielleicht nimmt das ja ab nach dem ach erst mal ey, das kann doch sein weiß nicht macht's keinen Sinn okay, mach keinen Sinn auf einmal wird sogar das Buff-Pad-Transit gar nicht mehr immer so teuer ja ach wie ey, das Noxtime 420 der ist doch nice naryring plus 12 echt, hast du? ne, nicht ich äh, Kani und Wego plus 9 warum krieg ich eigentlich immer nur ganz zu Müll übrigens, wir könnten da ganz Quest ah ne, nicht Quest die spenden nicht Quest die spenden wir brauchen die für Quest also für Quest Last Run Last Run Oh, ja, tun wir's auf